gut und willkommen bei barbecue culture wir machen heute mal long hotdogs und das hot hat auch seinen sinn das werdet ihr gleich erfahren was wir alles brauchen dazu seht ihr jetzt also komm mit und hier haben unsere zutaten wir brauchen heute mal wieder so schöne lange sandwich brote wie gesagt die habe ich beim rewe gefunden und seitdem liebe ich die die sind schön lang kann man sandwiches draus machen aber kann auch hot dogs draus machen und wir haben hier so feuerwurst das ist rindwurst mit schön chili drin also schön bumms dahinter da haben wir noch ein paar zwiebeln die bereiten uns gleich noch ein bisschen vor dann haben wir jede soße die röbel uns gleich noch an da sind zu gleichen teilen mayonaise ketchup und süßer senf drin und ein bisschen alibi grün brauchen wir natürlich auch noch was wir jetzt noch machen ist wir bereiten jetzt die zwiebeln vor weil die frittieren wir uns gleich hier hinten ein bisschen und die bratwürste müssen natürlich noch auf den grill jetzt bereiten erst mal die zwiebeln vor kommt rum machen wir zusammen so ich habe ja mal wieder ein bisschen gecheatet ich habe ja schon vorgearbeitet mit salat und zwiebeln jetzt geben hier an die zwiebeln erstmal ein bisschen wrap ran der schon ein bisschen bumms hat also er soll auch ein bisschen schärfe haben diesmal wir wollen ja schon ein bisschen hot dog haben deswegen geben jetzt hier mal ein bisschen von dem wrap dran ich würde sagen so ein ja zwei teelöffel bis ein esslöffel irgendwo dazwischen je nachdem wie scharf ihr und was denn wrap ihr da verwendet und jetzt gehen wir hin und kneten hier unsere zwiebeln erst mal ein bisschen das muss auch drin so jetzt haben unsere zwiebeln ein bisschen gematscht also wenn die anfangen so ein bisschen schmatzgeräusche dann von sich zu geben dann ist es richtig jetzt kommt hier unser mail ins spiel ihr könnt auch da jetzt ein bisschen stärker noch mit dran geben wie ihr das gerne habt und jetzt machen wir das gleiche noch mal die ganzen zwiebeln sollen jetzt schön einmildiert werden so jetzt haben unsere zwiebeln noch fertig jetzt geht es am grill los die pfanne heizen jetzt vor und den grill heizen vor und da geht es jetzt gleich raus da treffen wir uns wieder so unsere pfanne ist heiß wir fangen jetzt an mit den zwiebeln hier wenn wir die rausholen geben wir die noch mal hier auf so ein zähler dass das fett noch ein bisschen abtropfen kann dass sie nicht ganz so fettig werden also legt die einfach noch kurz darauf dann ist gut der grill selber heizt auch gerade vor da kommen gleich die würstchen drauf aber jetzt fangen wir erst mal an mit den zwiebeln treffen uns jetzt hier bei der pfanne wieder kommt rüber so dann fangen wir mal an geben wir die ersten zwiebeln rein jetzt nicht alles in einem schwung oder so das sollte schon ein bisschen verteilt werden sollen alles schön kross werden das machen wir jetzt stück für stück ich zeige euch gleich wie die aussehen sollen dann holen wir sie raus und dann kommen die nächsten rein so unsere zwiebeln werden jetzt langsam so gold goldbraun jetzt sind sie gut die holen wir raus dann kommt die nächste fuhre und jetzt wandert auch gleich unsere bratwurst mit drauf da sehen wir uns dann gleich wieder die nächste fuhre zwiebeln sind in der pfanne jetzt darf hier unsere bratwurst auch platz nehmen da haben wir jetzt hier direkte hitze da geben wir die uns jetzt direkt drauf und grillen die uns jetzt schön links und rechts an die brauchen nicht wirklich lange deswegen haben wir erst mal die zwiebeln angefangen sehen uns gleich wieder das brot wandert auch gleich schon mal drauf um ein bisschen warm zu werden aber nichts wildes also wir machen jetzt die zwiebeln wir lassen die bratwurst anbraten und dann treffen uns wieder was wir natürlich noch machen müssen dass unsere soße zusammenrühren wie gesagt gleiche teile mayo ketchup und süßer senf und das verrühren uns jetzt und dann kann die auch noch einen augenblick ziehen bis alles fertig ist ja dann geht es gleich schon fast an zusammenbauen so ich denke unsere bratwürste sind gut die platzen nämlich so langsam auf die holen wir jetzt mal runter unsere letzte fuhre zwiebeln ist auch jeden moment fertig also passt perfekt und jetzt treffen uns gar schon zusammenbauen wieder so jetzt liegt hier alles jetzt müssen wir es nur noch zusammenbauen das machen wir wieder zusammen also kommt rüber wir bauen ein bisschen so das erste was wir machen ist wir nehmen uns unser brot klappen uns das hier schön auf und dann gehen wir hin mit unserer soße und verteilen die uns erstmal schön hier drin spart nicht mit der soße hier kann einiges rein solange die dinge auch auf die andere seite ein bisschen jetzt haben wir unsere soße auf beiden seiten drin jetzt kommt hier unser salat rein den habe ich ein bisschen kleiner gemacht dass er hier das schmalere baguette ganz gut passt sollen jetzt kommt hier unsere wurst mit rein und die passt von der länge doch herr mega muss ich sagen und jetzt waren denn hier unsere zwiebeln drauf so und fertig ist unser long hot dog jetzt bauen wir den anderen noch zusammen und dann sehen wir uns wieder so essen ist fertig wir müssen jetzt probieren und ich opfer mich mal wieder nur für euch so jetzt kann ich wieder essen mund ist leer das ist eine richtig geil kommen jetzt kommt auch so langsam die schärfe raus also die wurst hat schon schärfe ich weiß nicht ob ihr die kriegt nennt sich so feuerwurst bei uns also ist eine rindwurst mit chillis drin und so was also richtig geil die soße dazu gibt so ein bisschen säure süße dazu ein bisschen ja so mayonaise halt also die kombi ist echt gut dann die großen zwiebeln und der salat das baguette geile kombi ich sag's euch ist eine empfehlung wert also auf jeden fall richtig gut ich will jetzt essen deswegen verabschiede ich mich hier so langsam ich würde mich aber freuen wenn ihr jetzt noch ein abo da lasst und daumen nach oben und kommentar wenn ihr mal was schreiben wollt ihr dürft doch mal was fragen wenn ihr wollt also haut in die tasten schreibt mal was rein aber wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten rezept euer marcus und tschüss und ich darf das jetzt essen